Ok, dann schauen wir uns mal die nächsten Säge hier an. Ok, was haben wir hier? Ja, ich glaube besser ist das. Baby Dracula, ok. Ah, ein guter Schluss. Ok, was haben wir hier? Ja. Wow. Geht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ernsthaft? Willst du mich auslitten sehen? Können wir einfach hier weg? Äh, ok. Hm. Da ist noch irgendwas. Ach ne, das ist nur die Taschnippe von ihr. Ok, dann gehen wir mal weiter. Ah, diese ganzen Jumpscares immer, ne? Können wir uns beeilen? Ich hab genug gesehen. Alles klar. Jaaaa, aber halt mal die Klappe da vorne. Ein bisschen nervt ihr mich auf jeden Fall. Oh, was macht denn so ein Geräusch? Äh, welches? Hm. Boah. Warum so Glitzerblatten? Hm. Okay, finden wir hier vielleicht noch irgendwo etwas? Gehen hier einfach mal weiter. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Was ist denn das hier? Okay, scheint aber nicht... Nichts Wichtiges zu sein, oder? Könnten immer noch helfen. Vier Jahre Studium und du verschreibst mir 80 Jahre altes Aspirin und sagst bis morgen? Ok, dann gehen wir mal weiter hier durch die gute Stube. Bis auf ein paar Aspirin haben wir hier leider noch nichts gefunden. Vielleicht... ...gibt's hier irgendwo in den Ecken noch... Irgendwelche Vorahnungen für uns, oder so... Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halte es nicht aus. Der sieht aber gar nicht so lange tot aus, wollte ich gerade sagen. Jetzt halt schon. Okay, wie folgen ihr auf jeden Fall weiter? Conny? 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 Conny, wo zum Teufel bist du? Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? 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 Schlimm. Immerhin gehört er zu unseren Peinigern. Ich will hier durch die Tür. Da, genau. Okay. Die Akea kommt mir bekannt vor. Waren wir hier vielleicht schon? Okay, komm raus! Zeig dich! Verdammt! Dieser Kahn ist verflucht. Ah, warte mal, da war ja gerade was. Hier. Okay, was haben wir hier? NG Midan. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, haben wir hier noch sonst irgendwelche Hinweise? Äh, das meine ich nicht. Heißes Schiff hier ist echt bedrückend. Bitte, du musst das nicht tun. Himmel! Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Mach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Ah, da können wir noch mal kurz gucken. Hm. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olsern finden. Los! Ja. Alles klar, Kollege. Dann gehen wir weiter. Ganz wie du möchtest. Du hast die Waffe. Mehr. Du hast die Waffe. Was machst du denn? Da war schon wieder irgendwas. Ich meine, unser chinesischer Freund wird bald drauf gehen. Und das sieht aus wie ein Hinweis. Ja. Was ist das? Was ist denn mit dem los? Was ist denn mit Carsten los, Leute? Ja, jetzt hätte ich es geahnt, ne? Irgendwas ist doch jetzt mit ihm. Okay, wir gehen einfach mal zurück. Ja, ich habe es ja geahnt, weil, also, da hätte was passieren müssen. Okay, da kommen wir nicht lang. Hm, okay. Dann gehen wir nochmal zurück und schauen vielleicht, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Vielleicht ein Schlüssel oder eine Brechstange oder irgendwie sowas. Warten wir mal, wir haben es ja uns kurz angeguckt, aber es war auch eigentlich nur kurz. Das hätte nicht für eine Vision gereicht. Ja, genau. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Vorahnung freigeschaltet. Vielleicht kommen wir ja jetzt hier da lang. Ich meine, das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn wir genau jetzt da lang kommen, wenn wir eine Vision hatten, aber... Probieren kann man es ja. Nee, da habe ich mich geahnt. Okay, da müssen wir erstmal noch was anderes finden, bevor wir hier durch können. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt auch mal ein bisschen umschauen und irgendwie mal Ausschau halten nach irgendwie einer Brechstange oder einem Schlüssel. Irgendwie sowas, womit man so eine Tür aufkriegen könnte. Gehen wir besser hier lang oder da lang? Ich glaube, wir gucken erstmal kurz hier. Ah, hier. Kommt man noch weiter. Ja, reicht das, reicht das? Ja, das reicht. Okay, dann geht es weiter und vielleicht finden wir ja unsere Freunde auch bald wieder. Ist da jemand? Vielleicht einen von denen wäre schon mal ein Vorteil, anstatt hier alleine rumzuhören. Ich glaube, alleine auf so ein Schiff hätte ich so mega Angst. Mich wahrscheinlich einfach in die Ecke setzen und auf meinen Tod warten. Okay. Das sieht nicht gut aus. Kommt man hier irgendwo? Ah, hier. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, hier war... Zumindest wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da war irgendwas, was man sich angucken kann. Okay. Okay, Frachtraum, bla 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 bla. Keine... Okay, das ist einfach nur... Und wichtig. Okay, dann gehen wir nochmal weiter. Ich habe natürlich auch genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um so ein Spiel aufzunehmen. Ich nehme das gerade mitten in der Nacht auf. Ah, hier haben wir noch irgendwo was. Oh Mann! Was war hier los? Und noch eine gleiche? Okay. Charles T. Perez. Okay. Sonst noch irgendwo etwas. Ah ne, aber da ist eine Tür. Komm mal lang. Ah, das ist ein Brecht. Okay, komm schon. Komm schon. Nein, das ist ein Brecht. Komm schon. Komm schon. Okay. Okay, okay, okay. Leißig. Leißig. Gäbs. Susann. Mein Mann. Komm schon. Mann. Okay. Du magst was. Ah. Ah. Ach du Scheiße! Und uns im Wahn sozusagen alle umbringt. Und dass das sozusagen das Ende gewesen wäre. Aber dadurch, dass wir ihn jetzt wieder spielen, scheint dem Ganzen nicht so. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Okay. Da ist doch irgendwie wieder ein Hinweis. Ja, da. Okay. Ach ja, das ist das von Julia. Sollten wir die auch mitnehmen? Sie waren hier. Okay. Sie waren hier. Dann geht's doch mal direkt weiter. Nö, wenig auf. Okay. Dann müssen wir uns anderen Weg suchen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Da ist auf jeden Fall noch eine andere Tür, wo wir noch mal versuchen könnten durchzukommen. Ja, die ist auf. Okay. Scheineinweite. Okay, hier liegt doch was. Was haben wir hier? Okay. Streit in Crew, ausgelöst von Private Wagner. Jetzt in Gewahrsam. Gewalt breitet sich in der Crew aus. Erbitte Anweisungen. Dann gehen wir mal weiter. Looken hier. Okay. Aber scheint so, als würden wir hier nicht weiterkommen. Der Raum ist dicht. Okay. Gehen wir mal weiter zurück. Ach nee, warte. Jetzt habe ich gerade noch den anderen Weg gesehen. Okay, nämlich hier war noch eine Tür, wo wir rein können. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier passiert? Also sieht auf jeden Fall so aus, als hätten die Angst vor dem Tod gehabt. Wie die sich da so hingekauert haben. US General Infanterie, 14. Division. Ist auch so aus wie ein Familienfoto. Okay, gehen wir mal weiter. Cool.